Das Thema ABS im Aufbau ist eigentlich so in so einem Clip nicht zu erreichen, das zu erklären. Deshalb verweise ich noch einmal auf unseren Film, Bremssysteme, fragen Sie in Ihrer Berufsschule einmal nach, in Ihrer Erinnerung. Manche Betriebe haben das auch, diesen Film. Und da kann man schon viel, viel mehr unter Umständen mit Hilfe des Meisters oder des Lehrers darüber erfahren. Im Prinzip ist ein ABS so aufgebaut, dass jedes Rad einen Drehzahlsensor hat. Das sind manchmal so gezahnte Räder, die man von außen sieht, wo ein Geber da dran sitzt, ein Impulsgeber. Und das Ganze geht zu einem Steuergerät. Und das, um es ganz einfach zu sagen, bestimmt jetzt immer, ist die Drehzahl des linken Vorderrads gleich mit dem rechten Vorderrad, hinten links mit hinten rechts. Und alle vier Räder auch irgendwie gleich mit kleinsten Abweichungen. Wenn dem nicht so ist, zum Beispiel bei einer Bremsung, dann muss da ja irgendwas schieflaufen. Das heißt, ein Rad, wenn es dann zum Beispiel auf Null gehen würde, würde ja signalisieren, hey, ich blockiere hier gerade. Und wenn ich jetzt mit einem ganz schnellen Impuls, und die Elektronik, die ist eben so schnell, viel schneller, als wir denken und schalten können. Wenn die jetzt sagt, hey, ich gebe jetzt innerhalb des hydraulischen Systems, nehme ich den Druck weg an dem Rad, was gerade blockieren, dann wird es wieder frei sein, bis es die gleiche Drehzahl hat. Wenn es dann wieder blockiert oder neigt dazu, dann wird es wieder gelöst werden. Und das ist immer dann der Fall, zum Beispiel auch, wenn keine Schäden weiter sind. Sie fahren auf eine Hälfte Glatteis. Das ist ja auf deutschen Straßen durchaus nicht so unüblich. Die Straße ist geräumt, aber die Seitenstreifen sind nicht so ganz geräumt. Und da fahren Sie auf festgefahrenen Schnee. Die linke Fahrzeugseite steht aber noch auf trockenem Beton oder Asphalt. Und Sie bremsen jetzt stark. Dann würde ja die linken Räder, die haben so viel Grip, dass Sie da richtig schön bremsen könnten. Die rechten Räder aber haben keinen Grip, sodass das Fahrzeug einseitig ziehen würde. Also werden die rechten Räder blockieren, bevor die linken blockieren. Also die auf dem schlüpfigen Untergrund werden eher blockieren. Und das gibt ein Signal wieder an der Steuergerät, sagt, hey, gib uns mal frei. Bremst alle Räder nur so weit ab, dass dieses Blockieren nicht stattfindet. Und diese ABS-Systeme sind ein Segen. Ich habe ja doch schon in einem Clip vorher angesprochen, dass die Verkehrsunfallzahlen und vor allem auch die Verkehrstoten deutlich nachgelassen haben in den letzten Jahrzehnten. Und die wirkungsvollen Bremssysteme unserer Fahrzeuge haben ihren nachhaltigen Beitrag dazu geleistet. Alles andere, was Sie über ABS wissen sollten und müssten, das entnehmen Sie bitte den Fachbüchern, Ihren Werkstattunterlagen. Der Test in der Werkstatt zeigt ja an, wenn ein ABS nicht arbeitet und eine rote Fehlerlampe am Armaturenbrett zeigt auch dem Autofahrer hier, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn aber alles in Ordnung ist, dann können Sie sich auf das ABS verlassen. Es bremst so, gleicht unsere Unsensibilität aus, indem es auch bei ungleichem Untergrund das Fahrzeug immer noch lenkfähig hält. Und damit, wenn der Unfall sonst gar nicht mehr zu vermeiden wäre, weil Sie einfach auf Ihr Gegner rutschen, einfach noch drum herum fahren können, wenn die Chance besteht. Und wenn es dann mal so weit ist, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, dass der ABS sowieso funktioniert, aber dass Sie auch um Ihren Unfallgegner herumrutschen können, ohne Schaden zu nehmen oder anderen Schaden zu geben. Manchmal bin ich erstaunt, wie viel Kfz-Nichtfachmenschen ich in diesem Kfz-Ausbildungskanal anspreche, die ihn abonniert haben oder die sich da einklinken. Männer und Frauen, die in ganz anderen Berufen arbeiten, die in ganz anderen Berufen ausgebildet werden, aber die ihre Liebe zum Kraftfahrzeug vertiefen und Kenntnisse erhalten möchten über technologische Zusammenhänge. Und dabei unterstütze ich Sie aus vollstem Herzen. Der Beruf im Kfz-Wesen, sei es Kfz-Mechatroniker oder Karosseriebereiche oder Lackierer, der ist so vielfältig und interessant für mich bis heute ein Leben lang. Dass ich sage, es gibt kaum einen interessanteren Beruf für mich. Es ist ja immer subjektiv. Und deshalb finde ich es erfreulich, dass irgendwo ein, der arbeitet als Kaufmann oder Kauffrau, jemand, der arbeitet im Labor. Man schreibt mir ja in Kommentaren, sagt, hey, ich mache dies und ich mache das, aber ich bin interessiert, ich habe doch nur eine Frage und machen Sie weiter so. Mich freut das und sage, gut, nicht nur innerhalb der Zielgruppe Kfz kommen diese Clips an, sondern Sie streuen auch darüber hinaus und wecken Verständnis für unsere manchmal nicht so ganz einfache Technologien und legen die Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung mit der Kfz-Technik auch bei, in Anführungsstrichen, Kfz-Laien. Sie als Kfz-Frau, Kfz-Fachmann oder zukünftige Fachfrau, Fachmann sollten aufpassen, dass Sie im Wettbewerb mit Laien standhalten und nicht unterliegen, weil das wäre doch etwas peinlich. In diesem Sinne, im nächsten Clip geht es gleich weiter.